Die Märkte bleiben weiterhin im Aufwind. Es sieht hervorragend aus aus bullischer Sicht. Eigentlich ist das schon fast wieder gefährlich, denn wenn alles so super und so klar aussieht, na gut, schauen wir es uns an und starten mal dabei mit dem DAX. Wir wissen alle, dass wir heute noch was wichtiges vorhaben, nämlich die FED. Die steht heute noch auf dem Plan mit der Zinsentscheidung. Wobei aus meiner Sicht die Zinsentscheidung per se erstmal gar nicht so wichtig oder so relevant ist. Denn die drei Monats T-Bills sind ja eigentlich das Instrument, um darzustellen, wo der Zins in Amerika gerade liegt, der für die FED relevant ist. Wir wissen ja, es gibt keinen fixen Zins, sondern immer eine Bandbreite 5,0 bis 5,25. Aktuell liegen wir dazwischen. Das ist jetzt nicht realtime, aber wir liegen so halbwegs dazwischen. Insofern ist relativ klar, da wird nicht großartig was passieren. Die Zinsen werden ziemlich sicher nicht verändert werden. Die Pause scheint sicher. So weit, so gut, so einfach. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass da noch ein bisschen Druck kommen kann durch das Wording des Statements und auch in der Pressekonferenz. Wenn nämlich dann FED-Chef Powell sagte, ja, aber vorsichtig, da es gibt noch richtig einen Anstieg im Nachgang, dann kann das durchaus sein, dass dann die Sorge noch mal kommt und die Märkte dadurch gedrückt werden. Aber wir sind noch beim DAX, der kann allerdings durchaus ebenfalls davon betroffen werden. Das wäre gar nicht so abwegig. Wir haben hier den 4 Stunden Chart, den ich mir dazu mal angucken will. Bisher haben wir einen Anstieg, der wunderbar ist. Eigentlich mustergültig. Stark hoch, dann haben wir hier eine Pause, jetzt stark hoch. Das kann doch noch ein bisschen weiter klettern. Machen wir noch mal eine Pause und weiter hoch. Und wir sind auf dem Weg Richtung 18.000. Wir dürfen das nicht vergessen. Das sieht auch super aus. Richtig. Ist das jetzt also die einzige Bewegung, die wir erwarten, dass wir vielleicht ein bisschen runter kommen oder vielleicht erst noch weiter klettern und später so ein bisschen runter kommen? Das ist nicht das einzige Szenario. Denn das, was wir bisher hier haben, sieht bisher dreiwellig aus. Und wir sind mit der Allzeithochmarke, wo wir jetzt schon wieder dran rumfummeln, eigentlich auf einem sehr interessanten Niveau. Einige erinnern sich, es gibt Korrekturformen, die sind scharf runter, Pause, scharf runter. Und dann gibt es welche, die sind scharf runter, dann noch mal hoch und dann noch mal richtig scharf runter. Also gar nicht so scharf, aber eben noch mal richtig scharf runter. Das sind die sogenannten Seitwärtskorrekturen. Und wenn man hier unter der Lupe guckt, ist das hier vorne klassischerweise dreiwellig. Jetzt habe ich es nicht so schön gesehen. Machen wir es doch gleich hier. Ist es hier vorne dreiwellig? Ist das Aufwärtsstück dreiwellig? Das geht wieder so ungefähr auf die gleiche Höhe wie zuvor. Und dann hinten noch mal eine starke fünfwellige Abwärtsbewegung. Also ihr seht, das wäre hier ebenfalls noch drin. Und das ist das, womit wir rechnen müssen, dass das heute passiert. Das ist nicht die Ankündigung, dass dieses Szenario passiert. Ich weiß, viele wünschen sich, du bist Profi, du wirst doch jetzt wohl wissen, ob er dieses hier macht oder ob er dieses Szenario macht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich weiß das nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Wir sind alle keine Wahrsager, auch die Techniker, die Charttechniker nicht, die Berufshändler nicht und alles. Also wir können das auch nicht vorhersagen, was passiert. Wir können nur sagen, das ist ein sehr typisches Verlaufsmuster. Absolut realistisch. Und das ist ein sehr typisches Verlaufsmuster. Absolut realistisch. So, was bringt uns das, wenn wir die Vorhersage nicht machen können? Wir können unsere Planung darauf ausrichten. Nämlich Punkt eins ist, wir finden nur dieses Modell gut. Dann wissen wir, können wir unsere Stops für unsere Longposition gegebenenfalls hier hinsetzen, weil wir wissen, überschneiden sollte er nicht. Er kann vielleicht ein bisschen wackelig runterkommen, aber bitte nicht mehr überschneiden. Je weniger überschneiden, desto besser. Idealerweise gar nicht. Wenn ihr ein bisschen mehr Sicherheitspuffer haben wollt, dann zur Not noch hierhin, dann seid ihr ungefähr bei 15.900, so ganz grob. Ansonsten das Hoch, was wir hatten am 6. Juni, das lag so ungefähr bei 16.116. Das heißt, wenn ihr also sagt, nee, also entweder super bullish oder gar nicht, dann wären das Möglichkeiten, euch abzusichern. Denn solange der Kurs dann das macht, ist alles safe. Und wenn der Kurs da drunter fällt, dann sagt ihr, nö, das wollte ich nicht. Nun bin ich halt nicht mehr mit dabei. Wenn ihr sagt, naja, wir müssen nicht kleinlich sein, sag doch noch mal, was wäre denn nach diesem Muster zu erwarten? Tatsächlich wäre so eine Orientierungshilfe, dass der Kurs hier in etwa hingeht. Das ist nur so eine Orientierungshilfe. Also so in etwa dieses Tief hier. Wo haben wir es? Dieses Tief hier vielleicht so halbwegs im Petto. Aber natürlich gilt auch unsere klassische Regel. Viele von euch wissen das. Tiefster Punkt, höchste Punkt. Und dann in diese Zone rein. So, da waren wir schon. Deshalb, es wäre denkbar, dass wir schon nach oben gehen. Aber wie gesagt, es wäre auch noch mal möglich, dass er hier rein geht. Auch dieser Rücksetzer, sollte er denn passieren, ist kein bärisches Bild, sondern ist nichts anderes als nach diesem Anstieg, machen wir halt die Pause und gehen anschließend weiter nach oben. Das heißt, für die übergeordneten Bären, die sagen, naja, das interessiert mich jetzt nicht, wenn er da mal runterkommt, müsst ihr mit sowas rechnen. Sprich, eure Stops sollten dafür eher hier liegen. 15.900, Entschuldigung, 14.900 in etwa, so die 78er Fibomarke. Man kann es auch ein bisschen enger fassen. Aber theoretisch, also für uns ist die immer relevant. Zur Not könnte man es auch ein bisschen höher, 15.100 machen. Das muss man dann abwägen, wie ihr das seht. Also für uns ist es die, wenn wir die weite Variante haben wollen. Vielleicht kann man es auch ein bisschen ablesen, wie hier diese Bewegung aussieht. Also die müsste ja theoretisch irgendwie so aussehen. Und wenn die schon so halbwegs so aussieht, dann kann man ja schon halbwegs abschätzen, wie lang dieser Arm hier sein sollte, anhand der internen Bewegungsmuster. Wenn man es noch nicht weiß, kann man es noch nicht sagen, aber so habt ihr eine Idee. Das heißt, die Permabullen unter euch, die sagen, ich bin eh Bullisch, da kann eigentlich nicht viel passieren, dann ist es vielleicht sinnvoll, den Stop ungefähr hieran zu orientieren. Denn alles, was bis hierhin noch passiert, ist durchaus immer noch im Rahmen einer Bullischen Bewegung mit Chancen für nachher nach oben. Vielleicht haben wir doch noch was, was man da noch mitverwenden kann. Nämlich diese Korrektur, die wir hier vorher hatten. Denn die sollte ja theoretisch kleiner sein. Und dann seht ihr, besser ist es, wenn der Kurs eigentlich nicht mehr unter die 61,8 geht. Also wenn ihr sagt, kommt das nehme ich auch noch mit ins Kalkül, dann könntet ihr sagen, naja, so 15.100 oder vielleicht 15.140, irgendwie 50. Da sollte der Kurs eigentlich nicht mehr hingehen für mein Bullisches Szenario. Dann hätten wir nämlich tatsächlich, dass dieses hier, was ja eine Unterwelle sein müsste, eigentlich nach unserer Idee in der Aufwärtsbewegung. Also sprich kleiner als die, dann sollte die idealerweise da sein. Ja, so also insofern Stop irgendwie so in diesen Größenordnungen für die Permabullen, die sagen, da will ich nicht rausfliegen, wenn er das macht. In Gottes Namen soll er es halt machen. Danach dann weiter steigen. Da bin ich auch wieder glücklich. Also soweit die Überlegung dazu. Das finde ich eigentlich eine ganz schicke. Kein Nachteil. Wenn ihr sagt, das sind wir zu viel. Ich gehe doch nicht jetzt von 16.300 fast. Will ich doch nicht, dass er noch mal 1.000 Punkte runtergeht. Dann braucht ihr engere Stops. Zum Beispiel das Zwischenhoch, was wir hier hatten, wäre eine Möglichkeit. Mir persönlich wäre es zu eng, jetzt hier minimal ranzugehen. Denn ihr müsst immer damit rechnen, dass es mal heftigere Bewegungen gibt. Gut, hier beim DAX Index jetzt heute Abend nicht. Aber von der Logik her kann es natürlich mal passieren, dass der Markt da mal ein bisschen wackelig ist, wenn wichtige Daten rauskommen. Aber das wäre dann hier eine Variante für die enger Stoppenden unter euch. Man kann durchaus beides fahren. Das heißt, eine Variante enger stoppen, eine weiter, um für alle Fälle gewappnet zu sein. So, aber das Ganze ist natürlich ein Ereignis in Amerika. Und deshalb sollten wir uns mal angucken, wie es da aktuell aussieht. Grundsätzlich muss man sagen, dass auch der Dow Jones, das hat sich nicht verändert, super aussieht. Wir haben häufig darüber gesprochen, Erwartungshaltung locker Richtung 38.000 gehen. Noch mal zur Erinnerung, Schub hoch, wackelig, Trigger hier für Schub hoch, beziehungsweise Schub hoch, wackelig, Trigger hier für Schub hoch, beziehungsweise, naja, das müssen wir da hier unter der Lupe gucken, Schub hoch, wackelig, Trigger für Schub hoch und so weiter. So, wer das alles verpasst hat, wir haben häufig darüber gesprochen, das sollte euch jetzt nicht überraschen. Aber nehmen wir mal an, ihr habt die Videos nicht so regelmäßig mitverfolgt oder seid noch relativ neu hier mit dabei, haben wir eine neue Chance. Denn das, was wir hier sehen in der Aufwärtsbewegung hier, ist ein Schub hoch, wackelig, Schub hoch, nicht so wackelig, aber eben Rücksetzer. Spätestens jetzt wissen wir, dass es die Korrektur war. Und das, was wir hier in der Aufwärtsbewegung haben, ist impulsiv, fünfwellig, ohne kurze Überschneidung, super. Sieht hervorragend aus für ein bullisches Szenario. Früher oder später brauchen wir eine Korrektur und da die schon sehr lange ist und wir heute Abend sogar einen Anlass hätten, könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich in den nächsten Stunden hier irgendwas Korrektives bekommen. Ich würde mir das eigentlich wünschen. Dann hätten wir nämlich dieses wunderschöne Bullenstück hier in der Korrektur gehabt und wenn die Korrektur rum ist, haben wir den nächsten Long-Einstieg. Wer jetzt schon Long ist, der findet das natürlich immer schöner, wenn es direkt weiter hoch geht, keine Frage, aber streng genommen, er hat alle Möglichkeiten, eben selbst mit Pause da noch gut und heil raus zu kommen. So, die Pause, wie groß könnte die sein? Tiefster Punkt, höchster Punkt, hier in diese Kiste. Also irgendwie was, was bis dahin runter geht, halte ich für sehr realistisch, wenn das Ganze schön korrektiv ist. Toller Einstieg für neue Longs. Also wer das hier vorne, was ich eben im Tagesschart eingezeichnet oder seit Wochen ja einzeichnet, da als Ideen verpasst hat, oder so weiß ich noch nicht so richtig, alles kein Thema, vielleicht war man auch mal nicht da, hatte andere Sachen im Kopf, bietet sich die nächste Chance, wenn es hier korrektiv runtergeht. Tiefster Punkt, höchster Punkt, Fibro 38, 50, 61, 8 in die Kiste rein, zwischenhoch als möglichen Trigger. Das ist quasi das Pandor zu genau diesem hier. Tiefster Punkt, höchster Punkt, in die Kiste rein und dann zwischenhoch, das letzte zwischenhoch war der hier. Da war quasi schon ein Long-Einstieg, also wer da schon eingestiegen ist oder eben hier auf der kleineren Ebene, naja und so weiter. So, also ihr seht, das Prinzip ist immer das gleiche. Ich erwarte einen Rücksetzer. Das heißt aber nicht, weil Rüdiger den erwartet, muss der jetzt auch passieren. Das kann durchaus sein, dass das hier noch deutlich länger geht. Aber früher oder später kommt der Rücksetzer und dieser Rücksetzer geht halt ungefähr auf die Hälfte dieser Strecke dann eben gerne zurück und wenn es korrektiv ist, kriegt man halt dann seine Einstiege. Rechnet damit, dass heute Abend, das ist ja jetzt hier ein Markt, der dann auch offen ist, dass heute Abend heftige Bewegungen sind um 20 Uhr. Nicht so sehr wegen der Zinsentscheidung, da müssen wir nicht mit Schlimmen rechnen, sondern wegen des Statements, was dazu ist, also mit den begleitenden Nachrichten, die dann eben sind, die dürfen wir immer nicht vergessen, dass ja nicht nur um 20 Uhr die Zinsentscheidung ansteht, die wahrscheinlich ein Non-Event ist. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, also eigentlich müsste hier eine Range stehen, 5,0 bis 5,25. Das dürfte sich nicht verändert haben, aber ihr seht, dass Statement ist. Und es gibt gleichzeitig noch die Economic Projections, die sind auch noch mal interessant. Die kommen einmal im Quartal raus, wo dann die FED eine Meinung dazu hat, wie es dann weitergeht. Und wenn diese vielleicht nicht so schön ausfallen, wie sich das einige wünschen oder die FED sagt, das sieht irgendwie so und so aus und deshalb glauben wir, wir müssen noch deutlich höher die Zinsen setzen und dementsprechend dem Markt nicht die besten gefallen tun, dann kann das mindestens teilweise den Markt ein bisschen einbremsen. Also rechnet um 20 Uhr und die Pressekonferenz ist dann ein bisschen später, 20.30 Uhr. Rechnet damit, dass da noch ein bisschen Bewegung extra aufkommt. Also für die Intraday-Händler super spannende Uhrzeiten. Auf der anderen Seite auch im übergeordneten Handel. Selbst mit diesem Rücksetzer beste Chance nochmal. Wer sich gar nicht verkneifen kann, der Rücksetzer, den wir hier im Kleinen haben, sieht korrektiv aus. Sprich, hier wären nochmal Long-Möglichkeiten für die ganz kurzfristigen. Ich persönlich handel solche Sachen kurzfristig vor solchen Zinsentscheidungen nicht, denn klassischerweise ist die Ausführung zur Zinsentscheidung nachher oder beziehungsweise zu den ganzen Statements so schlecht, dass man da mit Stops auch meistens nicht super glücklich fährt. Ich will euch das nicht vergraulen, aber überlegt euch das ernsthaft, ob ihr sagt, nee, nee, das muss ich jetzt unbedingt noch machen. Natürlich gibt es gerade im Handel um diese Termine riesige Chancen, aber die Erfahrung zeigt, dass die Risiken einfach durch doofe Ausführungen, dass der Markt mal stark in die falsche Richtung läuft, man teuer ausgestoppt wird. Dieser Effekt ist meistens viel größer als der vorteilhafte Effekt und deshalb überlegt euch das ernsthaft, ob ihr für diese Zeiten euch die Zeit nehmt für den Handel. So, gehen wir ganz kurz auf dem S&P noch ein. Allerdings, ihr ahnt es schon, das wird wahrscheinlich nicht groß anders sein beim S&P. Ebenfalls, ihr seht, wir haben hier alles noch Anstiege, Korrekturen, Anstiege, Korrekturen. Lasst den armen Kerl doch mal korrigieren. Wir hatten vor ein paar Tagen schon darüber gesprochen, dass wir hier jetzt ja nun auch optisch dieses Zwischenniveau, also sprich diese Korrektur nun vielleicht tatsächlich beendet haben. Also es spricht wahnsinnig viel dafür, dass wir neue Allzeithochs bekommen, auch hier. Das heißt aber nicht, dass es in einem Schwung ist. Hier sehe ich allerdings im Moment überhaupt keinen Grund, ob es jetzt dreht oder später, das kann ich nicht sagen. Das werden wir wohl abwarten müssen. Grundsätzlich merkt euch, wartet auf die nächste Korrektur für den Einstieg. Da tut ihr euch klassischerweise meistens einen ganz guten Gefallen damit. So, Nasdaq ist natürlich ähnlich. Also im Langfrist-Chart hier, das sind hier die Hochs gewesen im Sommer letzten Jahres. Also die sind durch. Also Nasdaq ebenfalls auf der Aufwärtsseite. Nasdaq finde ich diesen Anstieg noch einigermaßen interessant. Den gucken wir uns mal im 4-Stunden-Chart an, denn wir müssen hier mit einem Rücksetzer rechnen. Auch hier, wie machen wir das denn? Wollen wir da mal was dazuladen? Komm, dann machen wir doch mal zumindest ein bisschen mehr noch, dass wir ein bisschen mehr Informationen noch haben. Nämlich diesen Rücksetzer. Den finde ich hier ganz interessant und diesen Rücksetzer. Irgendwie hat man den Eindruck, wir hatten einen starken Anstieg, eine große Korrektur. Ein Anstieg, eine kleinere Korrektur und dann haben wir kleine Korrekturen gehabt. Da weiß ich nicht so 100 Prozent, wie ich die zuordnen soll. Das könnte man auch vielleicht noch ein bisschen anders. 1, 2 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 5. Irgendwie so was in der Art. Da kann man jetzt eine Stunde darüber diskutieren. Eigentlich stünde jetzt dieser Kollege wieder an in etwa. Das muss nicht genau so aussehen, aber irgendwas, was ungefähr in dieser Liga spielt. Vielleicht ist das das, was wir hier als nächstes zu erwarten haben. Und danach noch mal ein Anstieg. Und dann noch mal so ein Kollege hier. Also ihr seht, ich rechne durchaus auch in der Aufwärtsrichtung, obwohl ich so positiv gestimmt bin, zwischendurch mit Rücksetzern. Das sind keine Killer für den Bullenmarkt. Insbesondere wenn sie korrektiv nach unten gehen, sind das eigentlich tolle Bestätigung. Nachdem wir jetzt so lange ohne Korrekturen gegangen sind, ich würde mich nicht wundern, wenn irgendjemand ein Haar in der Suppe heute Abend findet und sagt, jetzt ist aber nicht gut, jetzt lass uns mal umdrehen. Wie gesagt, in den entsprechenden Größenordnungen ist es kein Drama. Messen wir das Ganze mal kurz, weil einige natürlich zu Recht fragen, ja, was bedeutet das denn jetzt konkret? Wo kann man denn das Ganze stoppen? Da nehmt ihr zum Beispiel diese Rücksetzerbewegung, legt die mal auf das aktuelle hoch an. Dann seid ihr ungefähr, bitte jetzt nicht Millimeter genau nehmen, 14.600, zumal die ja nicht exakt gleich groß ist. Also es ist jetzt keine Stopp-Marke. Es geht ja nur ungefähr, damit ich weiß, dass die entsprechende Korrektur wahrscheinlich jetzt nicht so groß ist, sondern wahrscheinlich irgendwie so aussieht. Ob das ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr ist, ist nicht gesagt. Es sind keine exakte Stock-Marken. Aber dann wisst ihr, wir reden eigentlich jetzt Rücksetzer in diesem Bereich. Solange es in diesem Bereich bleibt, ist sowieso völlig unauffällig. Die nächste Korrekturgröße wäre quasi diese hier. Also von da oben bis hier unten gemessen, so ungefähr. Ich glaube, da oben habe ich es nicht 100% Millimeter genau gemessen. Aber dann sehen wir, das geht bis hier. Also entweder kriegen wir jetzt so eine kleine, die würde ich mir am ehesten wünschen, weil die dazu passen würde und damit diesen Rhythmus beibehielte. Die nächste Größe wäre diese hier. Das wäre dann ungefähr bis zu dieser Marke, also circa 14.000. Was bedeutet das jetzt für mich als Händler? Wenn ich doch schon nicht wahr sagen kann, was als nächstes passiert, wie gehe ich damit um? Ja, ich muss mir jetzt Gedanken machen, welche will ich überleben? Aus meiner Sicht, also entweder bin ich ein super kurzfristiger Händler, dann muss der Stopp relativ dicht dran, weil wenn es dreht, will ich nicht mehr drin sein. Ansonsten wäre dieses hier etwas, was ich auf jeden Fall einplanen muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier nicht so super aktiv sein will, also ständig wieder rein, wenn ich rausgehe, wieder rein und so weiter. Dieser Rücksetzer, also ungefähr bis zu diesem Maß, muss dann überlebt werden. Das heißt, ich brauche einen Stopp, der tiefer ist. Ich sage jetzt mal 14.400, 14.300, damit ich ein bisschen Sicherheitspuffer hier habe. Das ist nicht so bequem, aber damit hätte ich die Überlebenschance für den. Wenn mir das zu weit weg ist, brauche ich einen Engen. Denn dieser Rücksetzer, der ist jetzt so langsam aber sicher fällig, dass das passiert. So, die nächste Variante wäre die, das heißt im schlimmsten Fall, auch wenn ich das noch gar nicht so toll fände, den Stopp hier ungefähr hin bei knapp unter 14.000, damit ich wenigstens die Größe überlebe, auch wenn ich das vom Rhythmus, also ich brauche immer zwei Korrekturen im Fünfweller. Fünfweller hat ja zwei Korrekturen, das heißt, die erste haben wir schon, das ist die hier. Die fehlt noch, weil die würde ich eher hier auf einer kleineren Ebene zuordnen, wobei hier der könnte das theoretisch auch diesem hier entsprechen, so halbwegs. Der ist zwar ein bisschen breiter, aber die Höhe ist jetzt nicht so riesenunterschiedlich. Also im schlimmsten Fall, das hier muss ich mit einkalkulieren und dann wären wir bei Stops bei 13.800 irgendwie sowas in die Richtung. Und wer zu Recht sagt, das ist mir zu weit weg, Mensch, dann habe ich ja, das ist mir über 1000 Punkte, 1300 Punkte, die ich dann verlieren würde, falls der da durchgeht. Es ist ja nicht gesagt, dass er da dreht. Das ist ja nur das, wenn dieses Szenario kommt, bis dahin ist alles safe. Nur wenn er da drunter geht, nicht mehr. Das ist mir zu viel, dann brauche ich ab jetzt engere Stops und muss notfalls wieder rein, wenn dann diese Korrektur ist und ich dann eben meine Einstiegspunkte dann quasi nach der Korrektur dann entsprechend finde. Über Stops könnte man jetzt noch eine Stunde diskutieren. Ich glaube, das ist die falsche Plattform jetzt dafür. Es geht ja mal so für den Überblick. Da habt ihr jetzt in etwa eine Einschätzung, wie wir damit umgehen. Meine Idee, meine Einschätzung ist, wir sind generell weiterhin im Bullenmarkt. Ich rechne damit, dass wir jetzt früher oder später mal einen Rücksetzer haben müssten eigentlich, wenn der kommt, nicht in Panik geraten. Wenn er in den entsprechenden Ausmaßen ist, wie gezeigt, ist aus meiner Sicht alles in Ordnung. Nur wenn es mehr wird, dann sollte man sich Sorgen machen und spätestens dann tatsächlich ernsthaft rausgehen. In diesem Sinne drücke ich euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite der Marktentscheidungen seid. Euch alles Gute und liebe Grüße.